So, es heißt, im Infimiroman Denkel habe ich ja zu euch eine besondere Beziehung. So, alles gut. So, alles gut, ja. So, da sieht man die Gesichter besser, ne? Okay, auf. Oh, ich hole den Eimer. So, die Bilder. So, frag mal mehr Pferde-Gesicht. Das kann für uns auch nichts schaden. So, Sie sind der letzte Pferdehalter. Die Kleinen hier, nicht erschrecken. Nein, 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 nein. So, ich bin der zweite Pferde-Gesicht. So, ich bin der zweite Pferde-Gesicht. Hallo. Ich habe sie damals auch gefragt, ob sie zu mir kamen, ob sie zu mir kamen.